So, hallo und herzlich willkommen zu einer weitere Folge Klingelwaffe. Der war ja bald Kurs Bay hierher. Komm, da muss ich einfach mal zu. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Oh, oh. So, wie schon gesagt, jetzt gehen wir mal hoch zu der Palette. Oh, gutti. 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 Und weil ich so ein doll gekauft habe, zeige ich euch jetzt mal, wieso. Weil ich dieses Gewicht nur für die, die übere. Bitte das gemacht. Also ich meine... ... dort... ... das... ... und... ... ein paar... ... passen wir euch... Ich... ... möchte... ... ... ... hab jetzt den Motor nicht ausgeschaltet... ... egal... ... das ist einfach kurz... ... so... ... jetzt gehen wir auf... ... niemand hat's gesehen... ... niemand... ... niemand hat's gesehen... ... die lassen wir laufen... ... die lassen auch mal laufen... ... alles. ... die... ... das war ein... ... das ist einfach... So, dann parken wir hier hin zu sein. Da, hier hin. Das passt dann schon. So, schon wieder Motor nicht da. So, tschüss also. Ah, tschüss also. Oh, tschüss also. Oh, tschüss, tschüss. Und jetzt müsste es... ...und jetzt... ... so gut. Das sieht jetzt wirklich nicht gerade gut aus. Muss ich sagen. Ich bin nicht mehr immer wirklich sicher. Weil dieses Dolly hat ja zwei Yaks. Und den Anhänger selber... ... hab nur Eingangs. Aber lassen wir es mal. Okay, die Dolly kann man noch die Höhe einstellen. So. Also, sie breite hinaus. Sie breite nach vorne. Nehmen wir. So. So, die Gabel... ... kann man... ... in die Breite verstellen. ... und dann habe ich eine Ecke. So gut geht. So gut geht. So gut geht. So gut geht... das feierabendbier passt auf also feierabend gemütlich ist jetzt gerade also basteln aber feierabend zählt es doch nicht aus so 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 ich habe jetzt den ganz kurzen Tante mehr als die 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 den lied die 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 Das kann man hier mal einschalten, aber es senkt wohl nichts. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ich lasse ihn da nie über den zweiten Kamm hochkriechen. Das geht sowieso nicht aus. 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 Ich habe es gelesen, dass ich die Trieger bin. jetzt kommen sie nicht mehr zufrieden ich glaube, ich kann fahren Fahr doch etwas zu... so... nee, der... die hat aber auch so eine große Korneliege das liegt mir auch schon nur machen wir das irgendwie wieder auf vergessen nee, der... ich bin wirklich hier irgendwie komisch sonst bin ich irgendwie gut neben dem Staplerarm so... jetzt... jetzt... ja... bitte... jetzt... jetzt passt doch das ja... die haben aber auch so eine komische Collie wirklich die bringen wir mal vorher zu der Bette rein mehr 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 Aber, 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 ich kenne zwei Kriche, aber, aber, nein, sicher nicht, äh, so, ich probieren, dann habe ich nachfolgt, dann geht gar nicht. Geht das, oder ist das irgendwie nicht möglich? Da kommt der MP-Trakiner schwecken. Wir machen kurz auf die andere Seite. Der Drescher ist schon wieder voll. Oh, halt, nicht. Oh, halt, nicht. Hey, hey, hey. Ich bin schon wieder überraten. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, jetzt gerade schon. Nieder, gut, nieder, komm schon. Ich möchte sie eigentlich nur kartschen. Ich glaube, ich kann sie üben. Pass, 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 pass. Gut. Du hast, saf. headed ... Pas Pas, es sindiert mir das . Es ist die, amil. Du hast da süchtig gemacht. Alles ist dafür für mich. so 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 wie im Wadersbach i stand oh jeetage so so Ich bin nicht sicher, ich bin nicht sicher. Nee. Nee, nee. Ja aber alles mehr in der nächsten Folge, trotzdem abonniert mich doch bitte, lasst das Deutschen Tag, bis zum nächsten Mal.